Seitdem ich unsere Familie in Weingut übernommen habe, hat sich ein Kindheitstraum erfüllt. Weinbau wurde mir in die Wiege gelegt. Wenn man selber Kinder hat, überlegt man, wie wir eine natürliche, intakte Umwelt an die Kinder weitergeben können. Man muss Rede und Antwort stehen. Deswegen haben wir überlegt, wie wir umweltbewusste wirtschaften und investieren. Mit einer Holzheizung, Photovoltaik, Solaranlage, Gedankstelle und vor allem im Weingarten versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Handarbeit ist sehr wichtig für die Qualität im Weingarten. Wir verzichten auf Insektizide und Herbizide zu spritzen. Wir arbeiten sogar so biologisch und regenerativ wie möglich und begrünen unsere Weingärten für Humusaufbau, damit dort Insekten Lebensräume finden. Man muss sich die Ziele immer sehr hoch stecken, das Unmögliche versuchen und das Mögliche zu erreichen. Unsere Weine sind nicht nur geschmacklich herausragend, sondern auch für unsere Umwelt die beste Wahl. Besuchen Sie uns im Weingutrival oder online. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Auf hier sind die Ziele und Aspekte. Man muss sich die Ziele für die Ziele herbersch use. Die Ziele herberschie کゴren.